Aus der Textbibel von 1906 Judas Brief Judas, Jesus Christus Knecht, Bruder des Jakobus, an die in Gott dem Vater Geliebten und für Jesus Christus bewahrten Berufenen. Erbarmen werde euch und Friede und Liebe in Fülle. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, kann ich nicht umhin, euch Ermahnungen zu schreiben, dass ihr kämpfen möget für den Glauben, wie er ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich etliche Menschen eingeschlichen, auf welche dieses Urteil längst vorausgeschrieben ist. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes zu Schwelgerei missbrauchen und unseren einzigen Herrscher und Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich möchte euch aber daran erinnern, da ihr ja ein für alle Mal alles wisset, dass der Herr, da er sein Volk aus dem Land Ägypten rettete, das zweite Mal die, welche nicht glaubten, vernichtete, und dass er auch die Engel, welche ihre Herrschaft nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, auf das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, welche ähnlich wie dieser ausschweiften und fremdartigem Fleisch nachstellten, als Probe vorliegen vom Strafgericht des ewigen Feuers. Ähnlich doch beflecken auch diese Träumer das Fleisch, verachten Hoheit, lästern Herrlichkeiten. Der Erzengel Michael aber, als er mit dem Teufel stritt und verhandelte über den Leichnam Moses, wagte doch nicht, lästernes Urteil auf ihn zu werfen. Vielmehr sagte er, der Herr strafe dich. Diese aber lästern über alles, wovon sie nichts wissen. Was sie aber wissen, durchtrieb wie die unvernünftigen Tiere, damit kommen sie ins Verderben. Wehe ihnen, dass sie auf keins Weg gegangen und sich durch den Trug des Lohnes Balaams fortreißen ließen und durch das Widersprechen des Chore zugrunde gegangen sind. Das sind die, die in euren Liebesmalen als Schmutzflecken mit Schmausen ungescheut sich selbst weiden, wasserlose Wolken vom Winde dahingetrieben, herbstliche Bäume ohne Frucht, zweimal abgestorben, entwurzelt, wilde Meereswogen ihre eigene Schande ausschäumend, irrende Gestirne, für welche das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit bewahrt ist. Es hat aber auf sie auch geweiß, sagt der siebte von Adam, eh noch, mit den Worten, Siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen zehntausend Gericht zu halten, wieder alle, und alle die Gottlosen unter ihn, zu Strafe über all ihre Werke des Frevels, mit denen sie gefrevelt, und alle rohen Worte, welche wieder ihnen gesprochen, sündige Frevler. Das sind die Murren, die das Schicksal anklagen und dabei nach ihren Lüsten wandeln und deren Mund überschwänglich redet, wenn sie schmeicheln ins Gesicht um Gewissenswillen. Ihr aber, Geliebte, gedenket der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesprochenen Worte, wie sie euch gesagt haben. In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren Frevellüsten wandeln. Das sind die Klassenmacher, füschiger sind sie ohne Geist. Ihr aber, Geliebte, erbauet euch auf euren heiligen Glauben und betet in heiligem Geiste, bewahret euch selbst in der Liebe Gottes, wartend auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und überführt die ein, wenn sie streiten, die anderen errettet, reißt sie aus dem Feuer, wie der andere erbarmt euch in Furcht, mit Abscheu auch vor dem vom Fleisch befleckten Gewand. Dem aber, der euch ohne Fall bewahren und unbefleckt in Jubel stellen kann vor seine Herrlichkeit, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus, Herrlichkeit, Majestät, Stärke und Macht, vor aller Zeit und jetzt und für alle Zeiten. Amen. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind, alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinn getrennt sind. Was ist dir lieber? A. Mach es dir in der Haft bequem. Die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium, Kapitel 28, Vers 15 bis 68, beschrieben. Unglück wird euch begleiten. Ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene weggeführt werden. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Was ist dir lieber? B. Hilf mit. Sei das eine Prozent, das losläuft. Möchtest du zu den Menschen ausgehen, damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus, Kapitel 11, Vers 5, beschrieben. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Arm wird die rettende Botschaft verkündet. Hilf mit, diese Welt zu verändern. Bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und reiche es an deine Nächsten weiter. Kehre um und bleib auf dem geraden Weg. Klicke auf der Webseite fibelzeit.de einfach auf dem Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet. Wenn du Lust hast, bestelle ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen. Also dann, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran, du bist wertvoll und wirst geliebt. Die Wahrheit macht frei. Wenn es nicht frei macht, dann ist es der falsche Weg. Wer der Lüge Glauben schenkt, der verliert die Wahrheit und sein Leben. Sei wachsam und lass dich nicht verführen. Gehe den geraden Weg nicht zurück, wenn du zweifelst. Dein Rat ist wertvoller als Gold. Vielen Dank. Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de für die ee. Weil das Fiebelheft destont